Folgende Ratschläge würde ich meinem 14-jährigen Ich geben. Hab Spaß in dem, was du machst. Hab keine Angst vor Fehlern. Dadurch kannst du nur dazulernen und verbring Zeit mit den Menschen, die du am meisten liebst. Mein Name ist Axel Eder. Ich bin Einkäufer bei der Firma Traktionssystem Austria. Das coolste an meinem Job ist, wenn ich die Teile, die ich bestellt habe, visuell und physisch vor mir liegen habe und die dann verbaut in unseren Antrieben sehen kann und ich weiß, dass demnächst werde ich mit einer Bahn fahren und weiß, dass da unsere Antriebe drinnen sind und ein Bauteil, das ich bestellt habe. Wie ist die Einschränkung bei meinem Job? Als Einschränkung bei meinem Job sehe ich, man muss mit Druck umgehen können. Das heißt, wenn ein dringendes Projekt ansteht und der Lieferant nicht zeitgerecht liefert oder mangelhaft liefert, muss man halt Verhandlungen führen können und auch kurzfristig reisebereit sein. Wir bei der Traktionssystem Austria sind Entwickler und gleichzeitig Hersteller für Elektroantriebe, für die Schienenfahrzeuge und auch für Elektrobusse. Mein Alltag sieht folgendermaßen aus. Ich beginne um 6.30 Uhr frühestens. Danach schaue ich mal meine To-Do-Lists durch. Was ist zu bestellen? Was hat die Produktionsplanung bei mir eingetragen? Welche Meetings stehen an? Welche Reklamationen stehen an? Bei uns funktioniert das so, dass wir im Einkauf sehr eng mit der Produktionsplanung, mit der Technik und der Qualitätstechnik zusammenarbeiten. Ich selber bin zuständig für Guss, Teile und Wälzlager. Diese Bauteile haben eine der längsten Lieferzeiten, die wir in einem Motor oder in einem Antrieb haben. Das heißt, da ist das Time-Management sehr wichtig. Auch die enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen, die ich erwähnt habe, sind sehr wichtig. Danach gibt es eben Projekt-Meetings, da wird besprochen, welche Bauteile am dringendsten anstehen. Meistens sind es eh die Wälzlager. Diese werden dann definiert von der Technik, von der Produktionsplanung ausgeschrieben und währenddessen schon wird von mir dann ein Angebot beim Lieferanten eingeholt und danach eben bestellt. Ein erfolgreicher Tag sieht dann von mir so aus, indem ich alle Bestellungen abschließe, keine offenen Liefertermine habe und ich die Produktion gut versorgt habe. Zu meinem Alltag gehört auch die Reisebereitschaft, Dienstreisen für einen Tag oder auch wie ich vor kurzem sechs Wochen auf Dienstreise war in der USA. Ich bin in Wien zur Volksschule und Mittelschule gegangen, danach war ich auf der HTL im TGM, habe dort Maschinenbau abgeschlossen und maturiert und seit 2014 bin ich bei der TSA im Einkauf tätig und nebenbei studiere ich Maschinenbau und bin kurz vor dem Abschluss von meinem Bachelor. Eine technische Ausbildung für diesen Job benötigt man nicht unbedingt. Es wäre von Vorteil, da wir immer wieder mit technischen Zeichnungen zu tun haben. Es würde aber auch gehen mit einer wirtschaftlichen Ausbildung. Folgende Charaktereigenschaften sind auch wichtig für diesen Job, indem man zum Beispiel sozialfreudig ist, mit Leuten gerne redet und auch dienstreisefreudig ist und das sind schon wichtige Punkte, wo ich sage, das braucht man für diesen Job.